Eigentlich reden wir gar nicht über was Neues. Sowas wie Elektroautos gibt es schon seit den 30er Jahren. Autonomes Fahren seit Ewigkeiten in Diskussionen. Und ich als Raumschiff-Enterprise-Fan kenne natürlich schon lange Computer, die Milliarden von Möglichkeiten gleichzeitig durchrechnen können. Der Unterschied ist nur, früher waren das Versuche, Experimente, das war alles wackelig, das waren Utopien. Und plötzlich findet einiges davon wirklich statt. Wir sind an einem Punkt, wo man davon reden kann, dass Science-Fiction teilweise Science-Fact wird. Das verändert viel, oder? Es ist interessant zu sehen, dass das Thema immer wieder auftaucht. Leute sagen, ja, das haben wir schon vor zehn Jahren gesagt, hat nicht funktioniert. Also Musik zum Beispiel Napster, jetzt haben wir Spotify hat 15 Jahre gedauert. Wir sind an dem Punkt, wo Dinge wie zum Beispiel Spracherkennung tatsächlich funktionieren. Jetzt haben wir Dinge wie Amazon Echo, Alexa, mit denen wir reden können, Siri, Cortana und so weiter. Jetzt haben wir Google Duplex, der sogar für uns anrufen kann, wenn wir einen Friseurtermin vereinbaren wollen. Also wir haben jetzt diese Science-Fiction, die kommt jetzt so schnell. Und das Wichtige daran ist, dass sie eben alle zusammenfließen auf einmal. Dass sie nicht nur isoliert sind, sondern sich gegenseitig verstärken. Also wirklich jeden Teil unseres Lebens beruflich, privat, sozial, ökonomisch beeinflussen. Dadurch entsteht aber auch eine große Geschwindigkeit. Dadurch, dass Systeme sich miteinander vernetzen, aber auch dadurch, dass eben halt Speicher- und Rechnerkapazitäten explodieren von den Möglichkeiten her. Dadurch wird alles sehr, sehr schnell. Man spricht von exponentiellen Wachstum. Das heißt in der Mathematik E hoch X. Und für die Menschen heißt das, es kommt viel Veränderung auf uns zu. Und das mit einem enormen Speed. Also jetzt weiterhin linear zu denken, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ist extrem gefährlich, vor allem in Politik und Gesellschaft, weil wir springen. 4, 8, 16, 21, 30 Mal dieser Kurve exponentiell ist eine Milliarde. Also der Unterschied ist so gegenseitig, dass es ganz schwer ist, uns das vorzustellen. Wir müssen uns auf eine ganz andere Geschwindigkeit einstellen, als vor zehn Jahren, wo man das sagen konnte, wait and see sozusagen. Irgendwie schaffen wir das schon. Jetzt müssen wir exponentiell denken. Und statt wait and see müssen wir jetzt dringend Diskussionen führen. Was bedeutet denn der digitale Wandel? Was bedeutet die Geschwindigkeit, die mit zusammenhängt? Das sind unglaubliche Veränderungen, die wir, glaube ich, haben werden in Bereichen von Bildung, wo wir uns Gedanken machen müssen. Wir müssen ethische Fragen stellen. Wir müssen auch die Frage stellen, was wird das in unserer Gesellschaft in einer solchen Situation und überhaupt, wenn wir über Technologie reden, welches Ziel verfolgen wir damit? Streng genommen macht Technologie nur dann Sinn, wenn sie den Menschen dient und nicht, wenn der Mensch irgendwann zur Maschine wird. Also wir müssen jetzt sehr klar für uns feststellen, dass wir zwar Technologie umarmen wollen, aber niemals selbst als Menschen Technologie werden wollen.